Sie haben eine neue Rolle zu spielen, höre ich. Ich habe sie noch nicht. Doch, doch. Ich habe eindeutig gehört. Sie haben die Rolle. Und? Bitte. Verdammt! Das klingt wie Dialog aus unserem Drehbuch. Stopp, Drehbuch! Was verflucht noch mal, ist denn los? Der verkehrt so gut. Oh, bitte. Freddy hat herausgefunden, dass unsere Produzenten die Vorgeschichte des Films kannten und dennoch den Entschluss gefasst haben, uns diese Information nicht mitzuteilen. Mit Absicht, nicht? Ich habe immer, wie er mich beobachtet hat, als ich mich umgesehen habe. Liebst du mich? Eine Geschichte, die gestern passiert ist. Aber ich weiß, dass es morgen ist. Erinnerst du dich überhaupt an gar nichts? Erinnerst du dich überhaupt? Ja. S Pause. Untertitelung des ZDF, 2020